Nacho libre Käse und Oh du hast mich aufnäht Wow rosa 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 Bei mir lagts hart Ja ich werd mir nachos Nachos kaufen Mozzarella String Also Mozzarella gerieben schon Und dann werde ich mir hart überbacken Dann backt er sich hart ein über Dann geht er sich ein überbacken Nein Bitte meine rosa auspuff Auch sehr schön Weee Woohu Da dance mein Auto gleich vor Freude Zack Ich muss dazugeben mein Skill in diesen Spiel Hat sich stark in grenzen Was läuft hier bei dir da oben eigentlich so drauf? Das ist meine Alarmanlage Den habe ich also die leuchtet so Sehr schick Alles genau damit er wieder hoch gekommen oder? Ja Der Ball ist 8 wirklich alle dann nicht alle vorbei jawohl 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 ja man muss nur ruhe mit der macht der länders ding old man salt sehr gut das erinnert mich heute ist ja finale vom international ja richtig damals haben wir aufgenommen stimmt ich muss mir noch energy drinks kaufen ich trinke sowas nicht ich auch nicht aber ich will diese nacht wach bleiben hallo drück einmal einmal x drücken ich weiß ich war witzig ach wir haben kommen in unserem team ja dann ist ja alles okay ist ja alles easy kommi mhm was denn ich mach ihn rein nein nein weil ich fast nicht reingefahren wäre achso deswegen weil es sehr knapp war unsere berührung gerade eben aber der wäre reingegangen das wäre halt das gewesen langsam wird es echt heiß hier drin sauna nein nie so schön ja dann jetzt wieder konzentration das wollen wir schon noch gewinnen hallo das würde ich schon noch gerne gewinnen schießt mal tore und dann red weiter schießt doch durchgehend tore ja schon ein bisschen her dass ich das Tor geschossen habe ja weiß nicht wäre mal wieder zeit für den drachen dann springen muss ich noch üben ja das ist bloß weil mir immer die kills gestealt wurden aha deswegen die tore wurden mir immer gestealt das war der einzige grund ja naja zumindest in die mitte rein mhm mhm da kommt sie schon wieder angeflogen hier die unsäglichen habe ich alles im griff alles alle fliegen sie vorbei der kommt genau in die mitte naja definiere genau haha genau so ich habe ihn aufgelegt ich habe ihn aufgelegt musst du mal gucken es ist richtig schön aufgelegt warte haha so gut eindeutig so schön aufgelegt habe ich lange keinen mehr schön hoher ist der hoch hoher und der ist nicht drin hofer ist ein abgabe vorwärts lecken Ich bin ein bisschen zu hoch geflogen. Gute Zusammenarbeit. Oh, sorry. Wow, wow, wow. Wow. Oh, an die Latte und? Nein. Oh, Jungs. Ich war dran. Ich bin genau mit der Nase hingeflogen. Aber das war nicht. Nein. Nein. Hätte ich gewusst, dass er nach oben schießt. Die schießen fast immer nach oben. Eigentlich muss man immer springen bei sowas. Da sitzen wir unten sehr schön. Kacke. Egal, wir führen noch zwei. Schön. Wir hauen den immer am Anfang schon einen rein. Das ist richtig, richtig nice. Da sind wir gleich in ihrer Hälfte. Was ich ihn nicht unbedingt so freuen sollte. Nein. Na zu Libre. Ha, ich hab den Bus bekommen. Ich krieg mal eben bei uns ins Tor rein. Ich war mir gerade so danach. Tu das. Kann man schon mal machen. Ah. Nee. Ich bin zwar gehüpft, aber... Oh, schön. Schön. Er verliert der Drachenwurst schon immer den Blick zum Ball. Zick. Ja, weil ich mit dem anderen... Ja, das Problem ist, wenn ich den anderen Modus und den Ballmodus anmache, dann treffe ich immer nicht, weil ich dann so schlecht einschätzen kann von der Steuerung her, wo ich bin. Ah, okay. Das war kackig immer. Deswegen bin ich immer in dem Modus hier und dann... seh ich den Ball halt immer mal gerne nicht. Das ist Not gegen Elend. Nein, ich bin zu hoch geflogen. Wegen Elend, witzig. Ja. Ja. Oh, fuck, da war noch einer. Da hat sich noch einer versteckt. Safe in letzter Sekunde. Jawoll. Glanzparade. Zumindest... Nee. War nur gerettet. War nur die 50 Punkte. Oh, keine 60. Obwohl es eigentlich Glanzparade war. Aber es war eigentlich eine Glanzparade. Also es war keine Glanzparade, aber es wäre halt reingegangen. Es war hundertprozentig reingegangen. So, jetzt nochmal schön in die Mitte einen rein. Dann spiel den erstmal nach oben. Ja. Ja. Noch 18 Sekunden. Der geht wie in die Mitte. Der kommt dabei langsam angehüpft. Keiner trifft. Und da ist der Drachenbosch. Hahaha. Nein, ich kann nicht. Nein. Fuck. Wie kommt man denn den schon wieder verkacken? Es war schon wieder einer von diesen Gnadenlosen, wo ich einfach nicht verstehe, wie ich noch ihn verkacken kann. Und ich habe es danach verkackt. Gegenbogen-Raketenspur! Wuh! Wuh! Ich habe den Regenbogen. Ich bin Level 12. Und du? Auch. Und links. Regenbogen. Wuh! Immer noch Level 12. Ich verstehe immer Dynamo, wenn die so singen. Dynamo, Dynamo. Danke, Len. Danke, Len. Ja. Tor! 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 Oh, der Regenbogen. Der Regenbogen macht so eine geile Farbe. Basinga ist mit dabei. Danke? Und der Regenbogen macht so ein geiles Geräusch. Ja, was? Danke? Wieso danke? Weil ich gehülpst habe? Ja. Ah, okay. Deswegen. Eben aus jedem... Ah, der Regenbogen. So genial! Nee! Ich mag den Regenbogen. Ah! War da noch einer dazwischen. Was geht da vor sich? Hat sich da einer? No! Nein! Oh, ho, 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 ho! Ja. Bazinga! Oh kacke! Okay, wenn sie alle dann... Da war ich zumindest noch dran. Mensch! Wieso geht denn keiner ins Tor? Der Ball ist doch ins Tor gegangen. Wo war denn der andere? Wo ist ein Fatal? Der gammelt doch nur rum. Regenbogen! Regenbogen! Verpasst! Verpasst! Regenbogen! Regenbogen! Oh Mann! Ich glaube immer meine Bälle. Wirklich, du schießt den Sonnen zurück? Alles geplant Len, alles geplant. Alles geplant. Ja, ja. Natürlich. Regenbogen! Und man sollte ihn auch treffen, ne? Den Ball. Regenbogen! Balltreffen wird überbewertet. Regenbogen! Glanzparade! Schöööön! Meine Herren! Oh! Huh! Huh! Wie sie alle so fahren! So schön! Oh, da hast du gewartet! Sorry! Hättest du was gesagt? Ich hätte ihn gelassen! Nö, nö! Hauptsache der ist drinnen! Der Sieg zählt! Das ist richtig! Oder so! Ich habe mal gehört, der Sieg soll zählen! Oh, der kommt genau Mitte! Der kommt genau Mitte! Dann kommen wir! Nein! Ach, die anderen mal schneller! Momo hat den Kopfball, den Befreiungsschlag gemacht! Oh, der könnte rein! Ringbogen! Ringbogen! Regenbogen! Oh, der hat ihn tatsächlich fast noch! Ich habe keinen Boost! Ähm, okay! Also, dass den da keiner erwischt hat! Da mache ich dir keinen Vorwurf, dass du ihn auch nicht erwischt hast! Habe die erwischt! So, ich brauche einen Boost! Aha! Ha! Kacke! Ähm! Irgendjemanden ihn raushauen? Vielleicht? Ja, habe ich gemacht! Danke! Ich bemüte mich redlich! Ringbogen! Regenbogen! Schön! Schön! Kommt nicht schlecht! Mitte! Keine Ahnung! Bei mir leckt es gerade so! Nein! Mach stets 1-1! Ja! Noch ist nichts verloren! Noch ist nichts gewonnen! Wirklich! Ich bin da unten durch! Nach vorne damit! Regenbogen! Jawoll! Regenbogen! 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 Wuhu! 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 Der Regenbogen-Kerl hat wieder zugeschlagen! Wunderschön! Wunderschön! Und gut, dass du ihn da nicht daneben gehauen hast! Als wenn ich jemand zum Halle daneben gehauen hätte! Ja! Weiß gar nicht, wovon du redest! Mitte! Nein! Oh! Ich weiß! Was macht unser Mitspieler? Noch mal ein bisschen gesprungen! Ups! Das war schlecht! Nein! Was ist denn los? Was? Oh oh! Oh mein Gott! Wirklich! Wer war das? Wer war das? Was? No! Scheiße! Wer hat ihn so hoch geschossen? Wer? Ja! Warst du das? Warst du das? Ich hab geblockt! Siehst du! Wie ich geblockt hab! Nicht den! Davor, der ganz nach oben geflogen ist! Der mit vollem Karacho ins Tor reingeflogen ist! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Hinterher! 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 Bin ich doch! Bin ich doch! Mitte! Ja! Okay! Bin auf dem Weg! Ja! Der war schon gerade mit! Der war schon gerade mit! Ja! Kann jedem passieren! Schön! Schön! Wie viele Gegner brauchst, um einen Ball rauszuhauen! Und das war's! No! 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 Das war's! Ha! 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 Oh! So knapp! Ich hätte ihn fast noch rausgehauen! Ja! Richtig knapp wieder mal! Ah! Da liegen wir hinten! Das ist ärgerlich! So darf es nicht enden! Was macht der fatal eigentlich? Hat der schon was? Der hat null Punkte! Warte! Wieso geht die so hoch? Nein! Nein! Ich bin doch da! Nein! Nein! Oh! Wieso habt ihr die Robben getangelt? Hinher! Hinher! Beendet das Match! Ich habe einen Lebkuchenmann bekommen! Paladin-Take-Aufkleber habe ich! Aber nicht für das Auto leider! Da hat der Land auch schon wieder raus! Ja! Ich muss einkaufen gehen! Na gut! Dann gehe ich wohl auch langsamer raus! Dann muss der Land einkaufen gehen! Dann ist es leider vorbei der Part! Wir hätten natürlich noch länger gespielt! Aber Land muss einkaufen! Das wollen wir machen! Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit! Und möge der Hexenhut mit euch sein! Servus! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!